Wir haben ein Open 2017 und wir haben ein bekanntes Gesicht auf dem Sattel neben mir und zwar ist es Mayra Rautenberg. Wir haben uns schon nett unterhalten und zwar wie du deutsche Meisterin in der Western Riding gestern geworden bist und jetzt ist sie deutsche Meisterin in der Western Horsemanship, der Go 2017. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ja, aufgeregt wie gestern oder lässt es so langsam nach? Es ging, weil mein heiß ansehnter Sieg seit vielen Jahren ist ja gestern schon Erfolg. Dann bin ich eigentlich heute in die Horsemanship geritten oder gegangen mit dem Ziel ein schönes Pättern zu reiten und zufrieden zu sein. Bei meiner ist es langsam schon so ein bisschen die Kräfte nachlassen, das merkt man halt jetzt schon. Aber wenn man entspannt in die Prüfung geht und dann deutsche Meisterin? Genau. Ist auch nicht schlecht. Nein, würde ich sagen, ist auch nicht schlecht. Ja, ich würde es gerne kurz halten. Wir gratulieren dir recht herzlich zum Meistertitel. Wir haben uns gestern ja schon ausgiebig unterhalten, wie erwähnt. Und ich bin mal gespannt, ob ihr beide uns hier in der Position nochmal wiedersehen. Würde mich sehr freuen. Ich mich auch. Ruck dir die Daumen weiterhin und entspann dich jetzt und freue dich erstmal, weil ich glaube, deine ganze Family steht unten vor der Tür und wartet auf dich. Die deutsche Meisterin Western Horsemanship Jugend 2017 Meier-Rautenberg. Dankeschön.